Musik Jo, Streckefreigabe für den nächsten Lauf hier Musik 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 Er hat die Führung über Norbert. Arctic Car Racing ist in vorne. Auf Platz 1. Er wird die letzte Runde angezeigt. Racing Deming hat er auf der Zug. Auf dem dritten Fettstück. Der hat eine Fahrzeuge mit ihrem Fahrzeug unterwegs. Der Kreuz hier in dieser Runde. Die sind dann unterwegs. Das ist sicherlich eine Überraschung. Aber es gibt ja auch noch ein Hoffungsauf. Die Zeugnacken in der Oberlin. Hannes Kasten auf 1. Racing Deming hat auf 2. Auf 3. Das FKT Racing Team. Der fünfte Platz. Auf 6. Die 400 und 7. Und 7. Mit Yvonne Holst. Achter Platz. Die Johannes Kurz. Zweites Rennen. Auf 7. Auf 7. Auf 7. Auf 7. Auf 7.